Willkommen in meinem Hellos-Kanal heute ich K. mit einem köstlichen Mosaik-Kuchen-Rezept hergestellt. Mit mindestens Material können Sie in 5 Minuten vorbereiten. Ich werde mein Rezept sofort vorbereiten, indem Sie bitten, mein Video bis zum Ende zu folgen. Lassen Sie uns zwei Packungen Schokolade in einem geeigneten Behälter zuerst hinzufügen. Ich habe eine Packung bitterer Schokolade eine Packung Milchschokolade. Ca. 120 Gramm verwendet. Ich fügte 1 Esslöffel Kakao und 3 Esslöffel Zuckerkandy. Menge des Zuckiers nach ihrem Geschmack reduzieren und es mehr drehen. Dann geben wir Milch, die darauf gekocht wurde. Und mischen wir es bis zu Schokolade und Zucker-Erie innen. Übrigens, wenn Sie noch nicht an meinen Kanal abonniert sind und Sie können mehr Unterstützung geben, indem Sie meinen Videos auf das Ende folgen. Bitte vergessen Sie nicht, den Rington für schöne Rezepte voneinander zu verlassen, ich bin nicht mehr genug aufgetaut. Jetzt breche ich einfach meine zwei Paketkekse darauf. Ich habe Petit Barure Biskuits verwendet. Sie können von der Art der Kekse machen, die Sie mit den ganzen Keksen brechen möchten. Wie üblich werde ich meine Materialien als Vollnote in der Beschreibungsabteilung hinzufügen. Wenn Sie eine Erfahrung zu diesem Thema haben, bin ich sehr froh, wenn Sie mit mir in Kommentaren Abschnitt teilen. Weder bin ich sehr glücklich, wenn Sie eine Blumefehler oder Emoji auf die Kommentare von Freunden hier kommen lassen. Lassen Sie uns die Kekse mischen, bis es schön wird. Nachdem die Kekse für eine lange Zeit gebrochen. Lassen Sie uns unsere Hände auf eine schöne Weise mischen, ohne wert zu sein. Und ich bin nur verwirrt, wie ich jetzt sehe. Wie Sie in unserer geeigneten Form sehen können, habe ich so gemischt. Wie Sie sehen können, werde ich eine Platte. Auf diese Weise verwenden Sie die Art der Form, die Sie wollen. Sie können sogar runde oder Dreiecksform in eine Stretchfolie innerhalb der Platte bringen, um die entgegengesetzte Zeit bequem zu verlassen. Ich lege sofort meinen Mosaik-Kuchen, den ich vorbereitet habe nach meiner Stretch-Semi schön. Wir können diesen Prozess vollenden, indem wir uns um Spatula kümmern, ich empfehle, Ihnen, dieses Rezept in wenigen Minuten zu probieren. Wirklich sehr einfache Rezepte. Ich werde zuerst mit Hilfe von Spatel aufrichten, nachdem ich meinen Hahn genommen habe. Nachdem wir mit Spatula geradliniert sind, lassen Sie uns mit einem Stretch-Film wieder abschalten. Ich habe mit E-Spatula geebnet. Nach Abschluss mit Stretch-Film, lassen Sie uns weiterhin schön mit unserer Hand. Wenn Sie Zeit haben, werden Sie schöner sein, wenn Sie dieses Dessert vom Abend machen. Wenn Sie keine Zeit haben, kümmern wir uns auf jeden Fall um die Erholung für drei Stunden im Kühlschrank. Ich habe gerade genug geradliniert und komme zum Kühlschrank. Zwischen etwa drei, vier Stunden. Ich öffne es sofort und ich werde eine richtige Platte bekommen. Ich werde es mir ansehen. Wie Sie sehen können, benutze ich eine lange Service-Platte. Ich öffnete die und ich wende sofort meine Platte um. Die Rec-Folie auf der Unterseite wird sehr einfach getrennt. Wir werden dann sofort durch unseren Stretch-Film entfernen. Nach dem Öffnen der Oben, gehen wir sofort zum Dekorationsprozess. I verwendet Kokos und Antepianut. Sie können Ihren gewünschten Weg schmücken. Sie können Präsentationen wie Sie wünschen. Ich liebe diese Arten von milchigen Süßigkeiten in beiden zu verwenden. Mit Sie können es auf Ihren Geschmack einstellen. Ich werde die nächste Serie schmücken. Sie können auch Nüsse oder Walnüsse verwenden, wenn Sie möchten. Alle Arten von Süßigkeiten werden sehr schnell sein. Sie passieren sofort den Schneidvorgang nach Beendigung des Verfahrens. Wieder können Sie Scheiben machen, wie Sie möchten. Ich breche die beiden nicht, und ich mache es wieder kleine Teile. Wie Sie sehen können, wird diese Größe genug für uns sein. Sie können Sleetzing nach Ihrer Anfrage. Ich will sofort ein Stück schneiden und dich schließen. Sie sehen das Innere. Es war wirklich schön. Es war ein unglaublicher, Broughney schmeckte Mosaikkuchen. Ich empfehle den Versuch Mottlaka. Ich will dir genau zeigen, dass ich meinen Kuchen schneide. Es war ein großartiges Rezept mit dem Geschmack der realen Textur. Wenn Sie sagten, werden Sie berechtigt sein. Es sieht unglaublich lecker und schön aus, wie Sie sehen. Von nun an an alle, die den sagen, mit der Sprache zu diskutieren in meinem nächsten Video. Hossa Kalin. Altjahr CMK.